um nächsten aufmarschbooster eigentlich auch beim letzten aufmarschbooster auf der suche sind wir immer noch nach Fettschlendern in meinen Augen am liebsten das am liebsten das blau schwarze und da kommen wir zu unserer ersten Ankamm Autofokus hat mich, sieht man nur nicht so gut weil so hell ist, weil die Karte so hell ist sie heißt Akroma Segen für drei Mana Kreaturen die ihr kontrolliert erhalten bis zum Ende zu Schutz von der Farbe die ihr bestimmt also alle Kreaturen oder ihr könnt sie für ein weißes umwandeln dann haben wir am Miktion für vier Mana ihr kontrolliert ein verzaubertes Land also das verzauberte Land was sich mit verzaubert weil es eine Landverzauberung ist kann man gut Länder mitklauen, das ist sehr sehr cool dann haben wir einen kabbalistischen Schafsrichter vier Mana 2-2 immer wenn der kabbalistische Schafsrichter einem Spieler Kampschaden zufügt opfert dieser Spieler eine Kreatur und ihr könnt den für fünf Mana aufmorphen ist für einen Kleriker nicht schlecht und Mist ist zwar ein Land ist eine Rare, ist aber nicht ganz das was ich haben wollte unheilige Grotte Tappen für ein farbloses oder für ein schwarzes Tappen ihr legt eine Zombie Card aus eurem Friedhof oben auf euer Deck drauf ist nicht schlecht ist aber auch nicht der Wahnsinn das ist okay hätte ich aber lieber einen Fettschleife gehabt wäre mehr wert gewesen dann haben wir hier stilles Dickicht kommt getappt ins Spiel produziert ein grünes Mana wenn ihr es tappt und ihr könnt es für ein grünes umwandeln umwandeln heißt also aus der Hand abwerfen und einfach nur eine Karte ziehen dann haben wir hier defensives Manöver für vier Mana spontan zauber ihr bestimmt einen Kreaturentyp und Kreaturen mit diesem Kreaturentyp erhalten plus null plus vier bis zum Ende zu ist Hilfe aus der Luft vier Mana Hexerei für jeden Vogel den ihr habt ich hab einen Vogel eine Karte ziehen also im Spiel generell dann haben wir furchterregende Todesklagen für drei Mana Hexerei alle Kreaturen erhalten Furcht bis zum Ende des Zuges ihr könnt es für zwei Mana umwandeln da hat sie dementsprechend eine Karte ziehen und wenn ihr es umwandelt dann bekommt nur eine Kreatur Furcht dann haben wir hier ein aus anstürmender Schieferrücken oh Gott anstürmender Schieferrücken fünf Mana vier drei und der kann nicht blocken und für fünf Mana könnt ihr ihn aufmorphen ist eigentlich überhaupt nicht gut dann haben wir Krone der Energie für zwei Mana die verzauberte Kreatur hält plus eins plus eins und ihr könnt sie opfern und allen Kreaturen die denselben Kreaturentyp wie die verzauberte Kreatur hatte plus eins plus eins bis zum Ende des Zuges zu geben dann haben wir hier Gras Land Kreuzritter sechs Mana zwei vier tappen ein Elf oder ein Soldat deiner Wahl erhält plus zwei plus zwei bis zum Ende des Zuges auch nicht so der Wahnsinn Rückrutsch zwei Mana Spontanzauber verdecke eine Kreatur deiner Wahl mit Morph mit Umwandlung ihr könnt damit wieder eine Karte ziehen ist ganz cool man kann da mit Morph Kreaturen wieder umdrehen Speiernder Gornar für fünf Mana drei vier und er kann Kreaturen blocken als ob er Flugfähigkeit hätte also hat er Reach und ihr könnt fünf Mana aufmorphen dabei braucht man aber nur ein grünes das ist ja das macht schon einen großen Unterschied im Vergleich zu der anderen Kreatur die hinten einfach nur Mist ist dann haben wir furchtloser Zentaure ein Mana zwei zwei Kreatur Zombie Zentaure und wenn ihr ins Spiel kommt müsst ihr eine Kreatur opfern meh und dann haben wir einen störenden Gruben Magier drei Mana eins eins tappen neutralisiert einen Zauberspruch falls der Bär schon nicht eins bezahlt und ihr könnt für einen Blaus aufmorphen ich weiß jetzt nicht was die dass das Land wirklich noch wert ist weil so viele Zombies werden ja nicht mehr so gespielt manche Pogs spielen ein paar Zombies aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade keine wirklichen Zombie Decks und Zomber de Maus spielt es noch die würde wahrscheinlich gut im Zomber de Maus kommen gut ansonsten würde ich sagen war das eher so meh es war immer noch kein Fettschland und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffe ich wenn es euch gefallen hat könnt ihr eine Bewertung da lassen und ansonsten bis dahin Ciao Ciao